Heute bauen wir mal richtig komplizierte Sticky-Objekte. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute bauen wir richtig coole Sticky-Objekte, die ihr in euren Interface-Projekten verwenden könnt, egal ob es Webseiten oder Softwareprojekte sind. Und das Ganze ist ziemlich cool und auch sehr, sehr praktisch, weil es dem Nutzer einen echten Vorteil gibt, beziehungsweise euch einen echten Vorteil gibt, Position eines Elementes auf der Webseite zu verändern, in Abhängigkeit von dem aktuellen Fenster und der Scroll-Position. Aber genug davon, wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung einen Link zu Discord. Join der Community, sagt Hallo, tauscht euch mit anderen aus. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, und das geht's mit dem heutigen YouTube-Video. Ihr seht hier schon etwas Vorbereitetes. Das Ganze findet ihr auch als Live-Team unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr den Code angucken. Ansonsten sehen wir hier einen Div-Container. Das kann auch ein Bild sein, das kann auch eine Grafik sein, was ihr auch immer möchtet. Und ihr seht hier ein bisschen Content, das ist halt nur ein Wort. Das kann halt auch ein ganzer Absatz sein oder Texte oder was auch immer jeder möchtet. Wenn ich scrolle, bleibt diese Grafik immer gleich. Der Content scrollt mit, aber die Grafik bleibt gleich. Und ihr seht, es verändert sich, je nachdem in welcher Sektion gerade die Grafik oder dieses Sticky-Element sich befindet. Und es bewegt sich damit über den Screen. Was heißt, ihr könnt damit so eine Art Show machen. Ihr könnt auch theoretisch diese Grafik beeinflussen und manipulieren, je nachdem, ob sie auf dem Screen zu sehen ist oder nicht. Und wie gesagt, der Code ist in der Videobeschreibung unten verlinkt. Ansonsten legen wir jetzt los. So und los geht's mit unserem YouTube-Tutorial. Wie immer seht ihr hier meine Standard-Entwicklungsumgebung. Diese findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das alles angucken. Ansonsten brauchen wir das hier an der Seite alles nicht, sondern wir brauchen nur unsere Index-HTML, unsere Main-JS und unsere Main-SAS. Diese beiden Dateien sind auch komplett leer. Und in der Index-HTML steht schon ein bisschen was drin. Prinzipiell haben wir hier nämlich einmal eine Div-Box mit der ID Sticky und der Klasse Sticky. Und dann haben wir drei Sections. Das können natürlich viel mehr Sections sein als nur diese drei, aber wir brauchen jetzt in diesem Tutorial nur drei Stück. Die besitzen jeweils einen Data-Attribute, nämlich Data-Sticky und dann hier als Attribut Value, Sticky-Left, Sticky-Right und Sticky-Center. Außerdem jeweils ein bisschen Content. In unserem Fall sind das nur H2-Überschriften, die man hier auch schon sieht, aber die halt noch unsichtbar sind, weil sie schwarz auf einem ganz dunklen Blau sind. Und ja, das ist alles, was wir in unserer Index-HTML machen. Prinzipiell wollen wir das jetzt erstmal alles stylen und damit legen wir jetzt los. So, nachdem wir jetzt unser HTML verstanden haben, kümmern wir uns mal, dass das Ganze auch ein bisschen netter aussieht. Dafür kopiere ich mir eine Klasse, beziehungsweise gestyliert als erstes eine Klasse, und zwar die Klasse Punkt Sticky. Das wird einfach unser Sticky-Element. Als erstes müssen wir dem natürlich irgendwie mal eine Hintergrundfarbe machen. Deswegen sagen wir hier Background Color Prime. Das nächste, was wir machen, wir brauchen natürlich eine Höhe und eine Weite unseres Elements. Deswegen sage ich Höhe 250 Pixel und eine Weite von 150 Pixel. Ihr könnt das natürlich auch relativ machen und hier keine Weite und Höhe vergeben. Lohnt sich aber, damit man auch mit den anderen Elementen besser stylen kann. Ihr seht, wir haben jetzt hier schon mal eine Box. Diese Box wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen verschönern. Deswegen sage ich Border Radius. Damit haben wir runden Ecken. Und wir wollen später, dass sie so smooth über den Screen slidet quasi. Und deswegen brauchen wir Transition All 200 Millisekunden. Das ist quasi einfach die Möglichkeit oder der CSS-Befehl, damit das Ganze animiert wird. Also der Unterschied zwischen verschiedenen Zuständen wird dann animiert. Und das letzte, was fehlt, wir sagen hier Position Fixed. Position Fixed hat allerdings einen Nachteil. Der eine oder andere wird von euch noch ein anderes Position-Attribut kennen, nämlich Sticky. Womit man auch so ein Sticky-Element gestalten kann. Das Problem an Sticky ist, dass es immer relativ zum Parent-Element funktioniert. Das heißt, in dem Moment, wenn ich scrolle und es nicht mehr zu sehen ist, hängt das dann hier oben in der Ecke oder so etwas. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen gezielt quasi mit Position Fixed das ganze Ding setzen. Deswegen funktioniert das einfach ein Stück weit besser. Und wenn wir hier jetzt sagen zum Beispiel Top 0 und Left 0 und das Ganze abspeichern, dann seht ihr, dass das ganze Ding hier oben in der Ecke hängt. Das nächste, was wir haben, wir haben hier in unserer Index ja natürlich Sections. Diese wollen wir jetzt ebenfalls stylen. Deswegen gehen wir jetzt hier rein und sagen einfach nur Section. Und diese Sections sollen wir oder stylen wir prinzipiell einfach mit Display Flex und Align Items Center. Align Items Center bedeutet einfach nur, dass wir alles zentrieren auf der vertikalen Achse. Und das nächste, was wir machen, wir wollen das Ganze mit Display Flex Direction Row alles in einer Zeile stylen. Und natürlich wollen wir, dass jede Section so groß ist wie unser View-Bereich. Dafür brauchen wir einmal die Weite, nämlich 100%. Und wir brauchen einmal die Höhe von 150 View-Height. Das ist einfach nur die maximale Höhe, die wir erreichen können. Und wenn wir jetzt hier sehen, sehen wir Left. Und wenn wir runterscrollen, sehen wir hier unten Right. Das bedeutet, wir brauchen auch noch ein bisschen Styling für unsere Überschriften, also unsere H2. Also hier einfach nur eine Schriftgröße und eine Farbe, dass man sie auch sehen kann. Und jetzt sehen wir hier Right und hier unten Center, Center. Prinzipiell wollen wir nicht, dass das Ganze direkt am Rand hängt. Und dafür sagen wir jetzt, dass unser Parent Section noch ein kleines Padding bekommt. Wenn wir das jetzt abspeichern, rutscht das alles so ein bisschen rein. Und wenn ich jetzt ganz hoch scrolle, sehen wir hier Left. Prinzipiell sind wir jetzt auch schon fast fertig. Das Ding ist allerdings, wenn ihr so etwas habt und wir scrollen hier jetzt runter, dann wollt ihr ja wie in der Live-Demo gerade, dass der einzelne Content vielleicht unterschiedlich positioniert ist in den Parent Containern. Und dafür kann man dieses Attribute hier nutzen. Was heißt, wir haben hier ein Data Attribute. Das wird einfach mit Data Minus gekennzeichnet. Das Dickey ist quasi der Name des Data Attributes. Und das hier ist das Value. Und wir können damit den CSS stylen. Wir brauchen dazu in SAS, also hier ist ja dieser CSS-Pre-Prozessor am Werk, deswegen sagen wir hier und, und beide Male eckige Klammern. In dem Moment können wir jetzt nämlich den sogenannten Attribute Selector nutzen und sagen hier einfach, okay, wir wollen das Attribute Data Minus Sticky nutzen, aber hier gleichzeitig auch nach dem Value filtern. In unserem Fall zum Beispiel nach dem Value Sticky Left. Außerdem seht ihr hier oben, dass wir die eine Achse zwar mit Align Items Center gestaltet haben, allerdings hier gerne noch die vertikale Achse gestalten wollen. Und dafür sagen wir Justify Content Flex End. Wenn wir das jetzt abspeichern, dann rutscht, wie ihr seht, Left auf die andere Seite, nämlich ans Ende unserer Box. Und das können wir uns jetzt kopieren. Und zwar zweimal. Und hier noch einmal. Und müssen jetzt natürlich hier noch Sticky Right nehmen. Und natürlich auch noch Sticky Center. Diese drei möglichen Values sind natürlich nur optional. Ihr könnt natürlich unendlich verschiedene Zustände definieren und dann jeweils die Ausrichtung eures Contents in eurer Section beeinflussen. Also zum Beispiel auch Sticky Top oder so, damit es dann der Content oben in der Ecke hängt oder wie auch immer. Wir müssen jetzt natürlich noch unsere Justify Content anpassen, nämlich hier unten wollen wir Space Between. Und bei Flex Right wollen wir nicht am Ende positionieren, sondern an Start. Wenn wir das jetzt abspeichern und ich hier scrolle, seht ihr schon, unsere Box scrollt mit. Aber hier, die Elemente sind jetzt unterschiedlich positioniert, genau wie wir das wollen. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach nur noch mit JavaScript ein bisschen interaktiv gestalten. Mit CSS war es das nämlich schon. So, und das geht es mit dem eigentlichen coolen Part, nämlich JavaScript. Und hier müssen wir als erstes mal zwei Variablen definieren, nämlich einmal eine Variable mit Sticky Controls. Dafür wollen wir jetzt einfach gerne alle Attribute sammeln. Also wir gehen hier auf Document, Punkt und dann QuerySelectorAll. Und hier werden wir jetzt quasi einfach ein sogenanntes Data Attribute als Selector nutzen. Und wir sagen hier einfach nur den Namen, nämlich Data minus Sticky. Was heißt, alle Elemente, wo Data minus Sticky als Data Attribute genutzt wird, sollen jetzt einfach als Sticky Controls definiert werden. Außerdem brauchen wir eine zweite Variable. Das nennen wir StickyButton. Oder wir nennen es einfach in unserem Fall mal Sticky. Das ist besser. Und das ist einfach unser StickyElement. Was heißt, wir sagen Document, QuerySelector. Und hier haben wir eine ID mit dem Namen Sticky. Das ist einfach unsere blaue Box hier. Das ist jetzt unser StickyElement. Das Ganze speichern wir mal ab. Es passiert jetzt natürlich noch nichts. Und das Nächste, was wir machen müssen, ist, wir wollen später unsere Position dieses Elements in Abhängigkeit von der Section beziehungsweise dem dort definierten Data Attribute definieren. Das bedeutet, wir müssen als erstes überlegen, wie können wir ein Event triggern, um die Information abzufragen, welche Section gerade zu sehen ist. Und das funktioniert wunderbar mit einem Scroll-Event. Das heißt, wir sagen hier einfach window.at-event-Listener. Und hier nehmen wir jetzt Scroll. Außerdem wollen wir hier jetzt einfach ein Event übergeben. Und dieses Event beinhaltet natürlich einige Informationen. Das könnten wir jetzt einfach mal nutzen. Aber wir sagen hier erstmal console.log. Und hier sagen wir window.scroll.y. So, das Ganze wollen wir uns jetzt einfach mal ansehen. Wenn ich das jetzt hier nämlich öffne und hier ein bisschen scrolle, dann sehen wir, wir sehen jetzt hier die Scroll-Position. Das ist schon mal gut. Das ist das, was wir brauchen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, okay, wie kriegen wir das aktuelle Kontrollelement zu sehen. Und dafür brauchen wir eine Funktion. Und diese Funktion nennen wir getActualControlElement. Und hier wollen wir jetzt gucken, okay, da brauchen wir ein Arrow. Und hier müssen wir jetzt gucken, okay, was brauchen wir dafür. Wir brauchen einmal unsere Elemente und wir brauchen hier zusätzlich die Scroll-Position. Scroll-Position. So, und hier drin nehmen wir jetzt unsere Elemente, Elements, Punkt und dann forEach. Das heißt, wir gehen jetzt einfach für jedes Element hier einmal durch und überlegen, okay, wenn wir hier unser Element haben, dann müssen wir kontrollieren, ist dieses Element in View. Und dann wollen wir dieses Element als Basis nehmen. In unserem Fall sage ich jetzt, okay, in dem Moment möchte ich, dass das Ganze halt durchgeführt wird. Und console.logElement. So, das loggen wir uns jetzt erstmal. Aber wie kriegen wir aus diesem Element die Information, ob das gerade in View ist? Das könnten wir jetzt hier oben natürlich reinschreiben. Ist nicht so wirklich schön, weil diese Funktion ein bisschen länger ist. Deswegen sagen wir, okay, wir brauchen eine weitere Funktion, ist in View. Und diese Funktion erwartet von uns ein Element. Und dieses Element übergeben wir. Das heißt, wir geben jetzt diese Funktion und schreiben das hier oben Element einfach mal rein. Das hier können wir jetzt rauslöschen. Zack. Und übergeben jetzt an diese Funktion das Element. Und diese Funktion soll uns dann returnen, ob das Ganze true oder false ist. Also ist gerade die Section in View oder nicht. Und wenn wir uns das gleich mal angucken, dann sehen wir auch das, was ich meine. Aber prinzipiell brauchen wir hierfür erstmal einige Informationen. Nämlich einmal einen sogenannten Offset. Das ist in unserem Fall einfach die Window Inner Height durch 3. Was damit gemeint ist, werde ich gleich erklären. Und zwar machen wir das mal weg. Wir wollen jetzt bestimmen, ob diese Section, die hier im Hintergrund liegt, in unserem Fall gerade dieses Element, das liegt hier im Hintergrund. Das können wir uns auch mal ansehen. Wenn wir hier reingehen in Element sehen, wie wir sind hier in Section 1. Die deckt 100% unseres sichtbaren Bereichs ab quasi. Und wir wollen jetzt entscheiden, ist die gerade zu sehen. Und wenn wir runter scrollen, dann ist das nächste Element hier auch schon zu sehen. Aber wir wollen nicht unbedingt, dass das gleich schon als in View zählt, weil das ja noch nicht wirklich viel im Screen ist. Deswegen wollen wir so einen kleinen Offset machen. In unserem Fall sage ich daher die Window Inner Height. Das ist die Höhe des sichtbaren Bereichs hier. Die teilen wir durch 3. Damit haben wir so etwa ein Drittel, was wir nehmen, bis das nächste Element View ist. Was heißt, es muss so ein Drittel gescrollt sein, damit das nächste Element getriggert wird. Und wir das nächste Element als das aktive Element sehen. Außerdem brauchen wir eine Min-Höhe. Was heißt, das ist Window.scroll.y. Und hier sagen wir plus Offset. Das ist quasi unser Startpunkt. Das ist hier oben die Kante, bis wohin haben wir gescrollt, plus unseren Offset. Das heißt, wir haben dann hier so eine gedachte Linie quasi, wo unser Element mindestens sein muss. Dasselbe geht natürlich in die andere Richtung. Wir brauchen noch einen Bereich hier unten für die maximale Höhe, in dem unser Element sein muss. Das nennen wir Max. Und hier haben wir Window.scroll.position. Aber nicht plus, sondern minus Offset. Weil wir das quasi abziehen wollen von unserem Element. Das Ganze müssen wir hier jetzt noch einmal kurz in Klammern fassen. Weil wir brauchen hier noch zusätzlich etwas. Und zwar die Window.innerHeight. Die müssen wir nämlich noch dazu addieren, weil wir ja quasi den Punkt hier unten wollen. Also unten am Screen. Deswegen brauchen wir die Höhe unseres Screens, sowie die gesamte Scrollposition unseres Screens, die wir da drauf rechnen. Und so haben wir quasi einen Bereich definiert, der hier in der Mitte liegt. Und unser Element müssen wir jetzt auch noch bestimmen, dass wir die Position unseres Elements, das wir in diese Funktion übergeben, berechnen. Und hier quasi diese Mittellinie bestimmen des Elements. Also die Mittellinie, die in unserem Element von der Höhe liegt. Und dafür brauchen wir ziemlich einfach auch eine Variable. Die nennen wir einfach Position Top. Und hier sagen wir Element.Offset Top. Das ist quasi der Abstand von ganz oben, von 0. Also wo auf dem Screen, wo in unserem Document liegt unser Element. Das nächste ist, wir sagen hier Position Bottom. Und haben hier Position Top plus unser Element.ClientHeight. Das heißt, die Höhe unseres Elementes. Das heißt, genauso wie hier Max definieren wir quasi den Nullpunkt und rechnen dann die Höhe drauf, damit wir unsere Höhe bekommen. Damit haben wir jetzt Position Top. Jetzt brauchen wir nur noch eine kleine Anzahl von Abfragen, um zu bestimmen, ob unser Element, also das Element, was wir hier übergeben, genau hier in der Mitte liegt, wie jetzt zum Beispiel gerade Left. Und das machen wir, indem wir als erstes vergleichen. Position Position Top ist kleiner als Min und, und Position Bottom ist größer als Min. Außerdem kann das ja auch der andere Fall sein. Das heißt, wir können auch sagen, dass Position Bottom größer Max ist und, und Position Top kleiner Max. So, das Ganze können wir jetzt abspeichern und diese Funktion return uns jetzt True oder False für jedes Element, ob es gerade zu sehen ist oder nicht. Und wenn wir das jetzt hier mal angucken und ich das hier abgespeichert habe und wir hier runter scrollen, dann sehen wir, warum sehen wir das? Ah, natürlich kann noch nichts passieren. Wir haben diese Funktion auch noch gar nicht aufgerufen. Das sollten wir natürlich ändern, würde ich sagen. Deswegen kopieren wir uns das hier oben einfach mal rein. und haben hier jetzt einmal Elements, die wir brauchen und wir haben hier unsere Scroll Position. Und hier übergeben wir noch nichts davon. Deswegen übergeben wir hier jetzt als erstes mal unseren Array von Elements, also unseren Controls, sowie die Scroll Position. Und unsere Scroll Position können wir einfach hier nehmen mit Windows Scroll Y. Die wollen wir hier einfach mal übergeben. Und in dem Moment sehen wir hier, das ist unser erstes Element. Wenn wir hier reingucken, sehen wir hier Left. Und wenn ich runterscrolle, dann sehen wir jetzt hier ganz unten müssten wir jetzt, wie ihr seht, Right ist gerade aktiv. Was heißt, das funktioniert schon mal alles ganz gut. Wir können jetzt definieren, welches gerade in View ist mit unserem Code, das wir hier zu sehen haben. Was jetzt natürlich fehlt, wir müssen noch irgendwie bestimmen, dass wir hier auch dann unseren Container dementsprechend setzen. Und deswegen können wir nochmal ein bisschen schöner formatieren, dass man das ein bisschen besser sieht. Aber prinzipiell bedeutet das, wir brauchen noch eine weitere Funktion, die wir hier aufrufen, statt unserer Logging-Funktion. Deswegen sage ich hier jetzt Const und sage hier einfach Set Sticky Position. Und diese Funktion müssen wir ein bisschen anders aufrufen, nämlich so. Und die erwartet von uns etwas. Was die von uns erwartet, ist einmal unser Element, also unser Sticky Element. Und natürlich erwartet die auch unser Control. Also einfach das Value mehr oder weniger, was hier drin steht. Und das müssen wir jetzt auch noch bestimmen. Allerdings, wenn wir hier einfach diese beiden Werte übergeben, das können wir hier unten einfach schon mal machen. Das heißt, wir sagen jetzt, statt dem Console Log übergeben wir hier unsere Funktion und natürlich übergeben wir hier als erstes unser Element. Beziehungsweise nein, sondern wir übergeben hier Sticky und dann unser Element. Aber hier unser Element ist natürlich nicht das Value unseres Data Attributes, sondern einfach nur ein HTML Element. Deswegen müssen wir das jetzt noch ein bisschen verbessern, indem wir sagen, okay, wir wollen jetzt aus unserem Element einfach das Dataset nehmen und hier Sticky. So, das Ganze speichern wir jetzt erstmal so ab. Und wenn wir jetzt hier unsere Funktion haben und hier aufrufen Console.log Sticky Element, Komma und dann hier Control. Und das Ganze mal abspeichern und uns hier nochmal in der Konsole ansehen und ich hier runterscrolle, dann sehen wir, dass jetzt zum Beispiel Sticky, also dass hier quasi einfach dieser String mitgegeben wird, je nachdem, was gerade zu sehen ist. Das funktioniert also schon mal ganz gut. Wir müssen jetzt aber natürlich noch dafür sorgen, dass die Position unseres Elements wirklich gesetzt wird, weil da passiert aktuell noch nicht wirklich was. Und das passiert über einen Switch, weil das ist einfach die beste Möglichkeit. Deswegen sagen wir hier jetzt einfach Switch in Abhängigkeit von unserem Control. Hier brauchen wir jetzt eine Klammer auf und sagen Case, in unserem Fall, wenn das Ganze Sticky Left ist, soll das auf eine bestimmte Weise passieren, ansonsten soll das Breaken. Und das Ganze brauchen wir jetzt für unseren Fall dreimal. Und natürlich einmal die Fold. Das heißt, wenn das irgendwie nicht bestimmt werden kann, soll natürlich auch eine bestimmte Weise durchgeführt werden. Hier brauchen wir jetzt nicht dreimal denselben Wert, sondern wir brauchen hier einmal den Wert für Right und einmal den Wert für Center. Für euch bedeutet das natürlich im Zusammenhang, ihr müsst das anpassen für eure Positionierungen, wenn ihr das anders machen wollt. Und wir haben hier überall dasselbe drin stehen. Das heißt, wir haben einmal wollen wir die Top Position stylen und einmal wollen wir die Left Position stylen. Das Ganze brauchen wir jetzt, wie gesagt, mehrfach, nämlich für jeden unseren Case. Wir ändern quasi immer nur die einzelnen Berechnungen, aber nie, was wir eigentlich in dem Case machen. Das bleibt immer gleich. Und das ist jetzt gerade natürlich noch alles invalid, weil wir hier noch keinen Code haben. Das müssen wir jetzt erstmal berechnen. Und als erstes brauchen wir hier oben einige Variablen, weil wir müssen immer wieder dieselbe Berechnung machen. Deswegen sagen wir als erstes, wir wollen einfach mal die Width definieren. Und das ist unser StickyElement.ClientWidth. Das nächste, was wir definieren wollen, ist die maximale Weite. Deswegen sage ich MaxWidth. Und definiere hier, das ist unser Document.Body.ClientWidth, damit wir quasi unsere maximale Weite definieren können. So, nachdem wir jetzt die Weite berechnet haben, brauchen wir natürlich noch die Höhe. Dazu kopieren wir uns das hier einfach, weil wir können davon vieles übernehmen. Allerdings haben wir hier nicht die Weite, sondern eine Höhe und auch hier eine Max-Höhe. Und das nächste, was wir brauchen, wir können hier auch nicht die ClientWidth verwenden, sondern, wie der Name schon sagt, müssen wir hier die ClientHeight verwenden. Und hier unten beziehen wir uns nicht auf das Dokument, sondern wir wollen die Höhe des Fensters. Das heißt, wir müssen hier sagen Window.InnerHeight. So, damit können wir arbeiten. Außerdem wollen wir, wie auch schon vorhin, ein Offset haben. Dieser Offset ist quasi einfach unser Padding unseres Elements in alle Richtungen. Damit wir das einmal definieren, sagen wir auch als Variable. Und hier unten berechnen wir uns jetzt noch die Position, falls wir unser Element vertikal oder horizontal zentrieren wollen. Was heißt, wir sagen hier eine Variable mit dem Namen HorizontalCenter. Und das Ganze brauchen wir zweimal, weil wir haben hier auch noch VerticalCenter. Das Ganze berechnet sich ziemlich einfach. Und zwar haben wir hier einmal einen Wert minus einen anderen Wert. Und der erste Wert besteht quasi einfach nur aus MaxWidth durch 2. Und wenn wir das jetzt berechnen würden, also die maximale Weite durch 2, dann hätten wir unsere Linie hier. Dieses Element würde anhand der Linie ausgerichtet werden, würde also hier liegen und nicht korrekt in der Mitte. Deswegen müssen wir auch noch die Weite unseres Elements nehmen und durch 2 teilen und das von der Position der maximalen Weite abziehen. Das Ganze können wir jetzt 1 zu 1 kopieren, hier unten einfügen. Allerdings nicht mit der Weite, sondern natürlich mit der Höhe. Damit können wir das Ganze abspeichern. Aber ihr seht, hier ist noch drei Fehler. Es ist invalid, deswegen passiert hier auch nichts. Was wir schon mal machen können, wir können in der Main unsere beiden Werte hier rauslöschen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Und wir können auch schon mal eben hier hingehen und unsere Funktion hier unten einmal aufrufen mit Sticky. Damit, wenn wir das Initial laden, die Position direkt korrekt gesetzt wird und nicht erst, wenn wir scrollen, wie das jetzt der Fall wäre. Aber das Problem ist, wir haben hier noch nichts berechnet. Also es gibt noch keine Position, deswegen ist unser Element auch gerade verschwunden. Und deswegen fangen wir jetzt als erstes hier oben mal an mit einem Template String und sagen, okay, wir haben hier einen Template String. Am Ende haben wir einen Pixel. Und wir wollen das Ganze jetzt einfach vertikal zentrieren, weil das soll hier stehen in der Mitte. Und der Abstand von Left soll einfach Offset sein. Das heißt, wir kopieren uns hier einfach mal kurz diese Zeile, fügen die hier ein. Können hier mal eben Semikolon dran machen und nehmen hier unseren Offset Wert und speichern den hier rein. Diese Werte übernehmen wir jetzt und fügen die unten ein, weil das ist auch unser Default. Und jetzt könnten wir das einfach hier mal kurz überall einfügen, sodass, wenn wir das abspeichern, hier unser Wertschirm richtig setzt. Aber wenn wir scrollen, passiert hier noch nichts, weil wir immer dieselben Werte setzen. Als erstes wollen wir es also Sticky Right richtig setzen und dafür wollen wir das auch vertikal zentrieren. Allerdings Offset ist hier der falsche Wert. Sondern wir müssen erstmal dafür sorgen, dass unser Element ganz rüber rutscht. Und das machen wir, indem wir sagen, MaxWiz nehmen wir als Position minus die Weite unseres Elements minus Offset. Wenn wir das jetzt so abspeichern und ich runterscrolle, dann seht ihr, es rutscht jetzt rüber. Und die maximale Weite würde dafür sorgen, dass unser Element komplett aus dem Bildschirm rausrutscht. Mit minus die Weite ziehen wir die Weite unseres Elementes zurück. Und Offset sorgt quasi für diesen schwarzen Abstand hier an der Seite. Das Letzte ist, wenn wir runterscrollen, wollen wir, dass das Ganze in die Mitte rutscht und dafür sagen, wie Vertical Center passt. Aber wir haben hier oben auch schon Horizontal Center berechnet. Das fügen wir jetzt hier unten bei Left ein. Und so haben wir jetzt quasi unser Element komplett positioniert. Und ihr seht, es rutscht wunderbar rum. Hier unten ist es natürlich nicht ganz bündig und das passt natürlich nicht ganz. Das liegt natürlich ein bisschen an dem Tutorial an sich. Aber prinzipiell funktioniert das damit und wir können da wunderbar coole Animationen mitbauen. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, ganz oben sind jede Menge Shows und Netzwerks, da könnt ihr mich erreichen. Ansonsten könnt ihr dort auch einfach die Affiliate-Links anklicken und diesen Channel etwas supporten. Ja, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.